Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem riesigen Linux-Distributionsvergleich. Ja, zunächst einmal müssen wir eine Sache klären und zwar Linux ist nicht ein System, sondern es gibt unfassbar viele Linux-Distributionen. Und Distributionen meint hier sowas wie alternative Systeme. Es gibt nicht das Linux, sondern ihr habt die Wahl zwischen sehr, sehr vielen Dingen, die vielleicht für eure Zwecke gut sind, aber für jemand anders nicht so gut. Und das kommt stark darauf an, was ihr eigentlich machen wollt, beziehungsweise was euer System denn eigentlich können soll, was eure Hardware von sich gibt und so weiter und so fort. Das kann man bei Windows leider nicht unbedingt finden. Es gibt ein Windows 10, die anderen sind einfach alle nicht mehr aktuell. Das ist bei Linux anders. Dadurch, dass Linux wirklich offen ist und jeder sich sein eigenes Linux erstellen kann, gibt es da natürlich auch über 200 verschiedene davon. Und wir wollen uns heute wirklich einige davon mal angucken. Ja, wie versprochen, sehr, sehr viele Systeme, die wir uns heute ganz kurz alle nur angucken wollen. Ich werde nicht erklären, was die alle so besonders macht oder so, sondern ich will sie nur ein kleines bisschen einordnen in verschiedene Kategorien, so dass ihr vielleicht einen kleinen Guide habt, welches System für euch am besten geeignet ist. Das gesagt, hier muss man auch noch dazu sagen, alles ist eigentlich mit jedem Linux-System möglich. Ihr habt nicht ein Linux, das überhaupt nichts kann sozusagen oder ein Linux, das zum Beispiel, auf dem man nicht programmieren kann oder ein Linux, auf dem man nicht zocken kann, weil ist so. Nein, man kann im Grunde fast alles mit fast allen Systemen machen. Es gibt einige Punkte, da sind manche Systeme einfach sehr, sehr eingeschränkt, aber das ist dann auch so gewollt. Und das heißt, das hier ist eher so eine Richtlinie. Und ja, die Systeme kommen natürlich mit einem gewissen Umfang. Das heißt, wie ist die Installation erstmal? Wie ist zum Beispiel auch die erste Nutzererfahrung? Und dementsprechend habe ich die mal versucht, hier einzuordnen. So, da das jetzt alles sehr, sehr, nun ja, unübersichtlich ist, habe ich mal versucht, hier ein paar Kategorien zu machen und die Systeme da so ein kleines bisschen einzuteilen. Wir sehen, auf der linken Seite sind eher die Systeme, die Anfänger verwenden. Auf der rechten Seite sind eher die Systeme, die die Profis verwenden. Und das ist jetzt nicht irgendwie gewertet. Also, wenn man jetzt ein Profisystem nutzt, dann heißt das nicht unbedingt, dass man mehr machen kann mit diesem System als mit einem Anfängersystem. Im Endeffekt kann man auch mit einem Anfängersystem wirklich alles tun, wie auch mit einem Profisystem auch. Und ja, teilweise sind einfach die Profisysteme viel, viel umständlicher. Teilweise sind sie einfacher eben zu bedienen. Aber es ist eher so die Nutzererfahrung. Wie viel Wissen braucht man? Wie stark muss man sich durch irgendwelche Anleitungen wühlen? Und wie viel muss man eigentlich mit dem Terminal machen? So habe ich das ungefähr mal eingeteilt. So, also nochmal ganz kurz zu den Anfängersystemen. Wir sehen oben links das SteamOS. Das ist wirklich ein System, was nur zum Zocken geeignet ist. Das ist quasi der Big Picture Modus von Steam. Mehr ist das System nicht. Und das läuft als Linux auf einem Rechner, wo man dann zum Beispiel zocken kann. Ich empfehle dieses System tatsächlich nicht unbedingt, weil es, also klar, mit SteamOS kann man sehr, sehr viel und sehr, sehr gut zocken. Aber wenn man Gamer ist, dann wird man natürlich auch Maus und Tastatur zum Beispiel hauptsächlich verwenden wollen zum Zocken. Und ich persönlich mag einfach den Big Picture Modus nicht, aber das hat hier nicht wirklich was damit zu tun. Man kann auch zum Beispiel keine Epic Games Spiele zocken oder eben andere Spiele wie League of Legends oder sowas. Die sind da natürlich nicht drauf, sondern wirklich nur die Steam Spiele. Also zum Zocken vielleicht ein anderes Linux nehmen, das funktioniert dann genauso gut. Auf einem anderen Linux kann man genauso Steam installieren wie auch auf SteamOS. Aber vielleicht noch interessanter, links unten, die Anfängersysteme. Ich empfehle meistens Manjaro oder Linux Mint für wirkliche Anfänger. Allerdings sind die beiden relativ verschieden. Dazu habe ich jeweils auch schon ein Video gemacht, wo ich noch genauer drauf eingehe. Man hat hier aber natürlich auch noch andere Systeme wie Elementary, ZorinOS, Ubuntu, Peppermint, PC, LinuxOS, der Name ist wirklich furchtbar. Dann Lubuntu und MX Linux, genauso wie Magaya und OpenSUSE, Kubuntu, Linux Lite und Xubuntu sind eigentlich alles Anfängersysteme. Da kann man einfach mal nach den jeweiligen Systemen googeln und dann kann man da schon ein paar Bilder sehen. Und vielleicht ist das eine Bild ansprechender als das andere und dementsprechend kann man sich hier für ein System entscheiden. Es gibt hier nicht wirklich ein Besser als, sondern es gibt nur Alternativen zu. Und genau so kann man da eigentlich auch wirklich rangehen. Was euch besser gefällt, ist definitiv die bessere Wahl. Die Systeme, die ich jetzt hier nicht eingeordnet habe, die in der Mitte liegen, das sind Systeme, die so Allrounder sind. Das heißt jetzt nicht, dass die Anfängersysteme nicht auch Allrounder sind, aber die Systeme in der Mitte sind vielleicht nicht ganz so anfängerfreundlich wie jetzt die Anfängersysteme. Zumindest meiner Erfahrung nach. So, dann haben wir unten eine Kategorie für alte Geräte. Alte Geräte bedeutet, wir haben zum Beispiel einen wirklichen PC, der jetzt 10 Jahre oder 15 Jahre alt ist und dort läuft vielleicht nicht die stärkste Hardware drauf. Trotzdem möchte man diesen PC vielleicht nicht wegschmeißen, sondern irgendwas damit machen. Und dazu gibt es dann eben die drei Systeme Lubuntu, MX Linux und Antix. Das sind wirklich Systeme, die für ältere Geräte optimiert sind und dementsprechend auch nicht so wie Ressourcen fressen. Darf aber vielleicht auch nicht ganz so schön aussehen. Ja, oben habe ich eine Kategorie aufgemacht. Ich wusste leider keinen besseren Namen. Die habe ich jetzt mal Special Interest genannt. Die sind tatsächlich für sehr, sehr spezielle Bedürfnisse. Also zum Beispiel Bedrock kombiniert Features von Arch Linux mit Debian zum Beispiel und noch ein paar andere dazu. Scientific Linux ist wirklich für Science ausgelegt. Red Hat ist mit Betreuung und EasyOS ist zum Feature ausprobieren gedacht. Also nicht einfach, aber einfach neue Features ausprobieren. Deswegen der Name EasyOS. PopOS ist für Entwickler gedacht, aber trotzdem kann man natürlich mit all diesen Systemen auch Dinge tun, die man jetzt mit einem Manjaro Linux machen könnte. So, dann haben wir in der Mitte den großen Block Live-System, Anonymität und direkt drunter IT-Security. Also Pentesting und Forensik. Für Pentesting und Forensik gibt es drei Systeme. Im Endeffekt Parrot OS, Kali Linux und BlackArch. BlackArch basiert logischerweise auf Arch Linux, Kali basiert auf Debian und Parrot OS erfüllt gleichzeitig noch ein paar Anonymitätsfragen. Die, naja, von Tails auch erfüllt werden, von Cubes OS erfüllt werden und von Hunix erfüllt werden. Wobei Tails noch einen ganz kleinen bisschen anderen Weg geht. Cubes und Hunix sind allerdings schon halbe Profisysteme. Die sind wirklich gar nicht so einfach richtig aufzusetzen und zu benutzen. Und zu Hunix habe ich auch schon ein Tutorial gemacht. Tails hingegen nimmt den Ansatz, dass es ein Live-System ist. Live-Systeme sind tatsächlich, man startet sie von der CD oder dem USB-Stick. Man fährt den PC hoch, man macht, was man machen möchte. Man fährt ihn runter und der PC hat sich absolut gar nichts gemerkt. Also es gibt quasi kein Festplattenspeichern bei Live-Systemen. Das ist sehr gut für Security oder für Anonymität, um genau zu sein, weswegen Tails diesen Ansatz hier geht. Aber auf der anderen Seite, Knopix geht diesen Ansatz auch um, eben hier noch ein, also es ist eigentlich auch ein richtiges System, aber Knopix wird normalerweise dazu verwendet, um Sachen wieder herzustellen. Das heißt, wenn man irgendwie Systemverlust hatte oder sowas, dann kann man da super guten Knopix nehmen. Das Ding ist allerdings, Live-Systeme werden auch mit allen anderen Linux-Systemen eigentlich mitgeliefert. Das heißt, man kann jedes Linux erstmal von der CD bzw. dem USB-Stick starten und dann mal ausprobieren. Aber man hat normalerweise noch die Funktion, das System zu unterstützen. Tails zum Beispiel hat diese Funktion gar nicht. Also man kann Tails nur auf dem USB-Stick installieren, in Anführungsstrichen. Man kann nichts speichern. Das ist aber auch wirklich der Sinn von Tails, sozusagen sieht man sogar schon im Logo. Ja, ganz rechts sehen wir dann noch ein paar Profis-Systeme. Die sind auf Profis ausgelegt, also wirklich für Leute, die sich ihr Linux so anpassen wollen, wie sie das gerade brauchen. Und dementsprechend sind sie auch nicht ganz so einfach. Das heißt, Linux from scratch, also kurz LFS genannt, das ist tatsächlich, man baut sich seine eigene Linux-Distribution zusammen. Gentoo ist auch wirklich ein sehr komplexes System. Und Arch, zum Beispiel, was ich ja immer benutze eigentlich, ist auch ein System, was bei der Installation nicht ganz das einfachste System ist. Also die würde ich tatsächlich nur raten, wenn man wirklich schon mit Linux gearbeitet hat. Also nicht als erstes System. Als erstes System bitte eins aus der linken Hälfte hier wählen. Ja, und dementsprechend kann man jetzt hier eigentlich schon recht gut rauslesen, welche Systeme ganz gut geeignet sind und welche vielleicht nicht mehr ganz so gut geeignet sind. Noch ein kleiner weiterer Hinweis hier. Es gibt bei Linux einzelne Systeme, die nun ja erstmal quasi Eltern-Systeme sind, also die erstmal sozusagen als Vorbild für andere Systeme dienen. Und hier ein ganz großes Beispiel ist Debian. Das ist ein System, aus dem haben sich so viele weitere Systeme entwickelt. Das ist der Hammer. Ubuntu zählt schon fast als sein eigenes System, obwohl es eigentlich auf Debian basiert. Und ja, auf Ubuntu basieren dann Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu, Kali Linux, beziehungsweise Kali Linux basiert auch auf Debian. Da gibt es zwei Varianten und so weiter und so fort. Das sind sozusagen die Ursprünge, okay, die sich da wirklich rauskristallisiert haben. Aber das nur so mal am Rande. Jetzt ist natürlich noch eine weitere große Frage im Raum und zwar, ja, Rolling Releases. Das ist quasi, oder Fixed Releases. Das ist quasi das Release-Modell von Linux Distribution. Und die markierten Systeme hier, die haben das Rolling Release. Das ist nicht zwangsläufig besser. Es ist nur eine alternative Art und Weise. Das bedeutet, erstmal ganz kurz, Fixed Release bedeutet, so wie bei Windows, man hat ein Windows 8, Windows 9, Windows 10, Windows 11, Windows 12, Windows 13, 14, 15, 16. Man hat einfach wirklich Versionsnummern, die dann große Updates sind sozusagen. Und über diese großen Updates ändert sich natürlich einiges. Das heißt, man muss sein System aber auch immer mal wieder wirklich groß updaten oder im Zweifelsfall sogar neu installieren. Das ist das, was quasi ein Fixed Release Modell beschreibt. Bei Rolling Releases gibt es das nicht. Rolling Releases haben Arch Linux, ist quasi der berühmteste Vertreter und alle, die oder die meisten, die von Arch Linux abstammen, haben eigentlich ein Rolling Release. Und das bedeutet wirklich Software, die veröffentlicht wird, kommt relativ schnell auch als Patch für den Nutzer dann auf das System. Das heißt, wenn jetzt gerade in diesem Moment ein Update für zum Beispiel eine Programmiersprache rauskommt, die ich häufig benutze, nehmen wir jetzt einfach mal Python, wenn jetzt da die neue Version rauskommt, dann habe ich die eigentlich innerhalb von wenigen Tagen schon auf meinem Rechner. Während auf Fixed Release Modellen, da kann es eine ganz schöne Weile dauern, bis ich dann noch wirklich was habe. Klar natürlich, die Patches, die wirklich wichtig sind, die kommen dann relativ schnell. Also sowas wie Schwachstellen oder Security Issues, die werden dann trotzdem relativ schnell gepatcht. Aber große neue Versionen, die etwas kaputt machen könnten, die werden erst bei dem nächsten großen Release des Systems mitgegeben. Also zum Beispiel Ubuntu hat alle zwei Jahre ein sehr, sehr großes neues System und zwischendrin nur ein kleineres Release sozusagen. Aber alle zwei Jahre gibt es wirklich ein fettes Release und dort ist dann sozusagen alles dabei. Und da sind dann eben auch die großen neuen Updates dabei. Was natürlich für mich bedeutet, ich muss dann auch da quasi mein System fast neu installieren, wobei ich manche Sachen natürlich übernehmen kann. Aber bei Arch gibt es das nicht. Man hat einfach Arch Linux, man hat nicht irgendwie Arch Linux 12 oder 13 oder sowas, das gibt es einfach nicht. Man hat einfach Arch und die Software auf Arch installiert sich einfach nach und nach selbst. Und ja, ich weiß, manche sprechen das Arch aus, manche sprechen das Arsch aus, aber ich sage hier Arch dazu, weil ist so. Die rüffelt. Okay, das ist so quasi das Grobe, was man hier wissen muss. Jetzt ist die Frage, möchte man das? Also im Endeffekt Rolling Release kann dazu führen, dass das System kaputt geht. Und ich habe auch schon von vielen gehört, die sagen, Rolling Release auf keinen Fall in einer Umgebung, die wirklich funktionieren muss. Also wenn man darauf angewiesen ist. Weil eben was kaputt gehen könnte. Ich persönlich nutze trotzdem Arch Linux, weil ja, ist halt einfach meiner Meinung nach eins der besten Systeme, weil ich es auch wirklich sehr gut customisen kann. Es ist allerdings auch nicht ganz so einfach, wie gesagt, es aufzusetzen. Wobei wir zum letzten Punkt kommen. Welche Systeme würde ich vielleicht am ehesten empfehlen? Für Anfänger würde ich, wie schon gesagt, meistens Linux Mint oder Manjaro empfehlen. Und auf den Systemen kann man eigentlich alles machen. Hier kommt es nur darauf an, möchte man jetzt einen Rolling Release haben oder möchte man das eigentlich nicht haben. Manjaro hat einen Rolling Release, Linux Mint hat keins. Das ist wirklich Geschmackssache hier, was man da eigentlich verwenden möchte. Dann gibt es natürlich noch sehr, sehr viele andere Systeme, die würde ich aber alle tatsächlich, also ich persönlich für mich, das ist jetzt nicht das, was ihr machen müsst, das ist nur mein persönlicher Geschmack jetzt hier gerade, okay? Dieses Slide. Und wenn euch jetzt, sagen wir mal, ein Kali Linux oder ein Ubuntu vielmehr fasziniert, dann nehmt das, absolut. Das ist dann komplett eure Geschmackssache und die könnt ihr dann durchaus auch nehmen. Für Anonymität würde ich immer ein Tails empfehlen. Es geht nichts über Tails in den meisten, oder eigentlich nie, geht irgendwas darüber. Cubes ist ein super System, genauso wie Hunix. Aber trotzdem, wenn ihr wirklich komplett anonym sein wollt, dann braucht ihr halt einfach ein Telt. Ist so. Und wenn ihr wirklich eine Herausforderung haben wollt, das heißt, wenn ihr wirklich das quasi euer Zuhause einrichten wollt, auf eurem PC, dann kann ich euch, wie gesagt, Archlinux empfehlen. Wobei das nicht ganz einfach ist, aber trotzdem eben noch so weit, dass man, wenn man es mal eingerichtet hat, wirklich sehr, sehr komfortabel alles machen kann. Ja, und das ist so mein Fazit hier dazu. Ich bin gespannt, was ihr dazu schreibt. Schreibt mir gerne, welche Systeme ihr benutzt und warum ihr diese Systeme benutzt. Und schreibt mir auch ganz gerne, welche Systeme ich hier vergessen habe, die ihr für sehr, sehr wichtig haltet. Denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich hier ein sehr wichtiges System, mindestens eins, vergessen habe, weil es einfach über, wie gesagt, über 200 Linux gibt, aber ich die absolut nicht alle bei mir auf die Slide gepackt kriege. Und ja, das ist einfach, ist einfach unglaublich cool, dass man so eine Auswahl hat. Man muss nur wissen, wo man eigentlich anfangen kann. Für die Leute, die vielleicht unentschlossen sind, tauscht euch in den Kommentaren aus. Dort kann es durchaus noch sein, dass jemand sehr, sehr guten Input liefert für vielleicht spezielle Systeme, vielleicht spezielle Anwendungsfälle. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dann, ciao.